Buchautorin und Gründerin der Master Wellness Akademie Birgit Witschorik gibt in ihrem neuen Buch einen großzügigen Einblick in die Lomi Lomi Nui Massage. Ja, wie kam es dazu? Die hawaiianische Lomi-Technik ist ein wenig aufwendig. Das heißt, wir haben hier eine Illustration von über 200 Bildern und wer mag, kann das Buch in unserem eigenen Onlineshop www.wellnessartikel24.de bestellen, sodass der Masseur auch im Nachhinein weiß, wie er die Grifftechniken anzuwenden hat. Weil das ist das, was dann immer etwas schwieriger ist, denn über 200 Techniken wollen auch manchmal nochmal nachvollzogen werden. Die hawaiianischen Massagetechniken sind weltweit bekannt und sehr beliebt. Das Buch von Birgit Witschorik aus Norderstedt vermittelt entspannendes Basiswissen. Hilfreich sind dabei vor allem die rund 200 Bilder, die die Beschreibungen perfekt darstellen. Die Lomi Massage wird von Sportlern genutzt, von Unternehmern, von Privatpersonen. Im Grunde genommen ist sie für alle Menschen etwas, die Erholung suchen, die mal wieder den Kopf frei bekommen wollen und die ein gutes Gefühl im Körper haben wollen. Ich vergleiche das immer, man fühlt sich so, als wenn man wie ein kleines Kind über die Wiese hüpft. Also wäre man für die beschreibungen, so qualfel kann man das stattgefunden sein. Vielen Dank.